Mike knows best Produkte kurz erklärt. Heute kümmern wir uns um den Splitterschutz an Führungsschienen. Das ist sogar ein bisschen herstellerbegreifend. Ob du jetzt ein Festholsystem hast oder von Makita oder von anderen, die einen aufgeklebten Splitterschutz haben, es ist immer dieselbe Herangehensweise. Ich habe da zum Beispiel eine Schiene, da fehlt ein bisschen mehr. Für das gibt es auch die Ersatzteile bei uns, eben auch für Festholschienen im Shop. Ob es der Splitterschutz ist, ob es der Gleitbelag ist, die Teflongleiter oder unterbei dann der Haftbelag aus Moosgummi. Man kann das alles tauschen. Und wie das ganz einfach funktioniert, zeige ich dir jetzt. Ich habe da zum Beispiel eine ältere Schiene von mir. Da sieht man, dass oben schon der Teflongleiter kaputt gegangen ist. Der Splitterschutz passt auch nicht mehr ganz. Das Erste, was ich tun muss dazu, ist einmal natürlich den alten Splitterschutz abziehen. Und wenn der abgezogen ist, dann habe ich da so doofe Kleberrückstände, die ich natürlich entfernen muss. Sodass, wenn ich den neuen Splitterschutz aufgebe oder auftrage, dass der ordentlich klebt und sitzt. Und für das gibt es ein paar Varianten. Es gibt natürlich einmal Klebstoff-Entferner, also Kleb- und Dichtstoff-Entferner. Zum Beispiel von Inutek den Seal & Bond Remover. Der Valentin hat zum Beispiel den von Starlock sehr gern. Einfach weil er ein wenig dicker ist und auf der Oberfläche haften bleibt. Oder man kann natürlich das mit einem Ultra Clean oder mit einem Reinigungsalkohol und anderen Reinigungsmittel natürlich auch machen. Wichtig ist da aber, dass die Reinigungsmittel oder das Reinigungsmittel nicht rückfettend ist und die Oberfläche dann keine Hoffnung mehr hat. Sondern es sollte halt ein Reinigungsmittel sein, das die Oberfläche haftbar macht. Ich nehme zum Beispiel jetzt den da. Wie gesagt, es ist egal, was ihr nehmt. Ihr könnt das auch mit warmem Wasser so lange runterreiben, bis dass die Kleberückstände weg sind. Einfach aufsprühen. Je nach Spray kurz einwirken lassen. Und dann kann ich einfach die Kleberückstände abwischen mit einem Tuch oder mit einem Fetzen. Wenn man zwenglang gewartet hat, kann man das nochmal wiederholen. Wichtig ist halt, dass die Oberfläche wirklich staubfrei ist, fettfrei ist und natürlich frei von alten Kleberückständen. Wenn das erledigt ist, kann man natürlich den neuen Splitterschutz aufbringen. Da gibt es das entweder mit so Längen 1,4 Meter oder halt dann eine große 5 Meter Rolle, da wo man sich das einfach dann abmessen kann. Der Splitterschutz ist ein Kunststoffmaterial, da wo ein sehr starkes doppelseitiges Klebeband aufgebracht ist. Da brauche ich nicht die Schutzfolie abziehen. Und dann schlage ich den neuen Splitterschutz da am Steg passend an. Dann ist es gescheit, wenn ich mit einem Daumen oder mit einem leichten Stückchen Holz das Ganze fest andrücke. Der Kleber braucht wie viele andere Klebstoffe einen kurzen Moment, bis der seine Haftung natürlich voll hat. Kurze Info, man muss beim Aufkleben des Splitterschutzes jetzt nichts einmessen oder beachten. Einfach mal aufkleben, weil dann wird er sowieso mit der Tauchsäge neu eingeschnitten, sprich die Schiene wieder auf die Tauchsäge gekoppelt oder verheiratet, wie man es nennen mag. Das einzige, was ihr noch tun müsst, ist natürlich den Splitterschutz ablängen. Die 1,40 Meter Streiferl sind ein bisschen länger als die Schiene. Da nehme ich einfach ein scharfes Cuttermesser und schneide das Ganze vorsichtig runter. Was ich persönlich sehr gerne tue, ist, dass ich dann die Eckerl ein bisschen anschneide, also diese Spitzen, sodass es einfach zum Beispiel nicht passieren kann, dass ich den Splitterschutz runterziehe, wenn es ihn zum Beispiel in die Führungsschienen-Tasche reingebt oder die Schienen sonst lagert. Die ersten Eckerl sind wirklich total unwichtig, ob da jetzt der Splitterschutz ist oder nicht. Einfach kurz anschneiden, dann läuft es nicht gleich vor, dass ihr ihn euch runterzieht, weil es mit der Ecke wo hängen bleibt. Dasselbe verhält sich natürlich auch für den Haftbelag unterbei. Wenn der kaputt wäre, dann kann man den eben erneuern. Der Haftbelag ist ja dazu da, dass natürlich die Schiene auf der Oberfläche haften bleibt. Deswegen hat er auch den Namen. Wenn oben bei der Teflongleiter kaputt sind, dann kann man die natürlich auch erneuern. Wie in meinem Fall ist einmal einer runtergegangen. Da bin ich da mit der Säge schön eingehakt, weil ich ja, bollert bin. Und dann kann es einfach sein, dass das da auch eben zum erneuern ist. Dasselbe herangehensweise, ich ziehe den alten Kleber runter, wenn was drauf ist, tue das Ganze natürlich mit einem Klebentferner reinigen, sodass das einfach eine neue Haftung schafft. Aber das mache ich dann später, dann brauche ich euch in dem Video nicht länger aufhalten. Ganz kurz noch, das Verheiraten der Schiene mit der Tauchsäge ist dann auch ganz einfach. Ich nehme da einfach meine Tauchsäge, stelle einfach so gute 5-6 mm an Schnitttiefe ein, sodass ich da einfach den Splitterschutz noch einsägen kann. Was aber wichtig ist, dass die Säge natürlich mit der Führungsschiene gut gekoppelt ist. Sprich, dass ihr nicht allzu viel Spiel habt, weil sonst passt dann euch eine Bezugskante nicht mehr. Dies müsst ihr einmal einstellen. 5 mm Sägetiefe, fahrts einmal leicht drüber und dann ist das Ganze miteinander verheiratet. Sprich, du kannst die Schiene dann wieder ordentlich am Riss ansetzen. Hast du Fragen zu der Anwendung, zu den Produkten, kannst du uns gerne anrufen, eine E-Mail schreiben oder in die Videokommentare was schreiben. Und wenn du Interesse hast, findest du es bei uns im Shop, kannst du es gerne kaufen. Somit so ein Gedanke fürs Zuschauen, habt viel Spaß beim Holzwerken, führt euch, euer Maik.